Als Schachspieler ist meine große Inspiration der ehemalige Schachweltmeister Bobby Fischer gewesen, der als letzte Worte sagte, nichts lindert Schmerzen so gut wie eine menschliche Berührung. Und das versuche ich im Alltag auch immer noch mal weiterzugeben, dass es also auch ein menschliches Fach ist, dass es nicht nur Gerätemedizin ist, sondern dass es da auf den Menschen ankommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017